hallo und willkommen zu diesem video mein name ist nico ja im heutigen video hier bei master emerge will ich mal das thema nischen besprechen und wir hatten ja schon in einigen videos den nischen research ich will dir aber in diesem video mal ein konzept an die hand geben wie du eine nische genauer analysieren kannst auf welche punkte du unbedingt achten solltest und ich nutze hier dafür so ein mindmap tool das heißt miro miro.com das ist hier eine app sozusagen und hier kann man verschiedene mindmaps anlegen und einfach ideen entwickeln und ich will das einfach mal mit dir zusammen hier entwickeln und am anfang steht natürlich in der mitte immer die nische und wir wollen jetzt mal die katzen nische hier so ein bisschen auseinander legen und verschiedene ideen uns hier ja notieren und das allererste was wir jetzt machen ist zum einen erst mal arten hier reinschreiben und wir schauen okay die nische katze ist ja unglaublich groß und wir wollen jetzt einmal verschiedene katzen arten also unter nischen hier raussuchen was machen wir jetzt also wir geben bei google ein katzen arten katzen arten ja ganz easy going wird hier auch schon vorgeschlagen hauskatzen dann haben wir hier schon was mit dabei perser katze bengals sie haben katze und so weiter und so fort das tragen wir hier natürlich wieder in unser tool ein also perser katze jetzt hier zum beispiel ein beispiel perser katze bengal könnte man jetzt hier noch einnehmen und die ganzen unter nischen sozusagen mein kuhn sie haben katze was hatten wir jetzt noch im grunde schauen wir jetzt noch mal hier ein bisschen durch ich will jetzt auch nicht jede einzelne katze hier jetzt aufschreiben nehmen wir noch die rag doll katze vielleicht mit rein rag doll so jetzt haben wir auf der einen seite erst mal ein paar katzen arten ja das sind jetzt verschiedene unternischen die nische katze ist extrem groß wir machen wieder das sogenannte down itching heißt wir finden unternischen von der hauptnische und das wären jetzt zum beispiel schon mal unternischen die ihr bedienen könnt und verschiedene katzen besitzer haben vielleicht eine perser katze und suchen dann gezielt nach perser katzen t shirt oder main coon t shirt oder sie am katzen t shirt ja punkt 1 katzen arten dann natürlich ganz ganz wichtig sind auch hier die emotionen emotionen ja und emotionen was meine ich damit im endeffekt ja emotionen verkaufen sich im shirt business und generell im online handel und online marketing immer am besten und hier ist es halt unglaublich wichtig dass man sich ein paar emotionen vielleicht rauspickt die man hier ansteuern will ja und ich gehe hier einfach auf das plus und schreibe mir einfach zum beispiel mal liebe auf liebe stolz und ja was könnte noch eine eine emotion sein ja vielleicht eifersucht noch eifersucht dann ja sowas wie ich hasse menschen aber liebe katzen also liebe hass sage ich mal liebe gegenübergestellt mit hass das sind so die hauptemotionen würde ich jetzt erst mal sagen man kann dann natürlich das noch erweitern und ja das sind wichtige emotionen ich würde jetzt noch eine weitere emotion mit dazu nehmen nämlich freude und natürlich spaß also lustige sprüche sind hier natürlich auch sehr sehr interessant für uns also dann haben wir die beiden punkte hier abgehackt einmal die katzen arten also die unternischen und dann die emotionen die wir hier ansteuern wollen ein weiterer wichtiger aspekt den wir jetzt noch ran nehmen können sind die sprüche und hier können wir jetzt verschiedene sprüche uns mal abspeichern und zum beispiel ja so trend sprüche einfach hier mal notieren zum beispiel zu hause ist da wo meine und jetzt nicht hühner sondern katzen sind einfach nehmen zu hause ist da wo meine katzen sind dann ja sowas wie der tut nix der will nur mit der katze spielen oder sowas der tut nix mit der katze spielen oder dann ja aus dem weg ich musste also diese typischen trend sprüche aus dem weg ich muss zu meiner katze meinetwegen was nehmen wir noch mit rein ja dann aber auch so dinge wie ich liebe meine katze und dann halt den katzen namen kann man einnehmen oder dann auch sowas wie stolze katzen mama wir wollen jetzt aber trotzdem noch mal vorher schauen bei märz research research und schauen mal ganz kurz noch mal was momentan in der katzen nische an sprüchen los ist also katzen spruch t shirt wollen wir jetzt hier mal kurz ganz kurz suchen und schauen dann uns im endeffekt ein paar sprüche an wie man ideen findet im shirt business hatte ich in einem anderen video schon mal erklärt schau dir das unbedingt an das findest du hier oben noch mal in der infokarte einfach draufklicken und das video noch mal angucken und ja da habe ich vier strategien gezeigt wie du ebenso ideen finden kannst ich pflege meine katze ok da haben wir auf jeden fall schon mal was genau was ist besser als eine katze zwei katzen das habe ich auch schon öfter gesehen das könnte man auch nehmen drei vier fünf sechs sieben acht je nachdem wie viele katzen die haben natürlich kann man das jetzt auch auf die nischen beziehen was ist besser als eine perser katze zwei perser katzen aber wir haben den spruch erscheint zu funktionieren der bestseller rank spricht er für sich die haben die haben hier einen sehr sehr niedrigen bestseller rank wenn wir schon dabei sind filtern wir direkt mit dem produktor hier mal die bestseller ranks noch mal und schauen ob hier auch noch mal ein paar sprüche mit dabei sind die sich jetzt auf katzen beziehen ja gut hühner flüsterer hat jetzt mit katzen wenig zu tun aber dieses flüsterer kann man natürlich auch auf jedes tier anwenden ich schnarche nicht ich schnurre das finde ich ja schon mal ziemlich nice so was haben wir noch an sowas zum beispiel ohne meine katze wäre mein geldbeutel voll mein haus wäre sauber aber mein herz wäre leer das ist doch schon mal ziemlich cool und kann man denke ich auch ganz gut skalieren ja oder ohne meine katze ist alles doof dann zählst du halt einige dinge auf die doof sind ich würde jetzt das einfach mal zusammenfassen in folgenden spruch moment machen wir hier das so ohne ohne meine katze und dann irgendeinen zustand ja also hier haben verschiedene sprüche und verschiedene ideen schon mal gesammelt also klar die evergreen sprüche natürlich dann aber natürlich auch ich liebe meine perser katze ich liebe meine main coon und so weiter also liebe und stolz mit reinbringen und dann aber natürlich auch noch nach trend sprüchen und nach neuen sprüchen suchen und ja schaut da einfach auch mal bei pinterest zum beispiel nach katzen sprüche oder katzen spruch designs oder katzen spruch t shirts oder einfach mal über google oder grundsätzlich einfach auch mal bei amazon ja das sind sprüche die wir jetzt haben natürlich kann man das jetzt auch noch beliebig erweitern was wir jetzt noch ergänzen wollen sind orte ja und was meine ich jetzt mit orte ja wir müssen genau verstehen wie tickt die zielgruppe und wo hält sich die zielgruppe auf und da ist natürlich sehr sehr wichtig mal zu überlegen okay was sind denn orte wo ein katzen liebhaber öfter mal ist ja und das ist natürlich zum einen erst mal natürlich die wohnung weil es gibt viele katzen die sind halt einfach nur in der wohnung dann aber natürlich auch natur vielleicht auch noch im garten ja genau dann was auch noch interessant ist ja es gibt ja mittlerweile katzen cafés ja das ist halt auch interessant also katzen cafés und überlegt euch da wirklich mal so ein paar orte wo die zielgruppe sich auffällt weil das ist wirklich spannend zu sehen und das kann man dann im endeffekt auch nutzen wenn man ein design erstellt ja ich könnte jetzt ja zum beispiel designer stellen mit einer katze die gerade ja mit dem hund irgendwie im garten ist oder ja einfach mal ein bisschen überlegen und das meine ich auf jeden fall mit orte so wir wollen noch einen weiteren aspekt hier mit dazu nehmen wir machen hier noch einen weiteren strang und zwar zubehör und wir wollen einfach noch mal ein bisschen schauen was sind was ist denn so zubehör das spezifisch jetzt zu katzen passt und da möchte ich mal das sona tool öffnen und da geht ihr auf sona minus tool punkt com und da geben wir jetzt einfach mal katze ein man kann das natürlich auch auf amazon direkt schon machen aber im endeffekt sehen wir jetzt hier schon mal sehr sehr viel katzenspielzeug zum beispiel das sind jetzt wirklich produkte die bei amazon gesucht werden und das ist natürlich sehr sehr spannend weil ja ein katzenliebhaber interessiert sich anscheinend sehr stark für diese ganzen sachen hier also katzenfutter katzenklo katzenstreu das werden wir jetzt alles hier mal abspeichern und hier mal übernehmen also zum beispiel katzenfutter katzenstreu was hatten wir noch katzenstreu katzen toilette ok katzen spielzeug vielleicht noch katzen spielzeug dann haben wir noch katzenbaum ok dieser kratzbaum katzenaugen katzenbaum katzenklappe nehmen wir noch mit rein katzenklappe katzenbaum so und dann kann man hier natürlich noch weitere mit reinnehmen wollen wir jetzt aber nicht machen soll ja nicht den rahmen sprengen aber hier haben wir verschiedene sachen die zum zubehör beziehungsweise zu extras sozusagen gehören ja also katzenfutter katzenstreu katzen spielspielzeug katzen spielzeug katzenklappe katzenbaum das sind jetzt noch mal ein paar zubehörartikel sozusagen die zur katzen nische passen dann weiterer aspekt natürlich ganz ganz wichtig ja sind synonyme und keywords beziehungsweise keywords die ja zur katzen nische passen und ja ich mache das einfach so indem ich sage keywords und habe hier noch einen weiteren strang und ich will jetzt natürlich schauen okay was sind denn hier die top keywords und hier nutze ich gerne den produkte auch wieder und wenn ich jetzt bei produkte bei merch research katzen eingebe werden mir schon direkt die top focus keywords angezeigt und natürlich kann man das dann auch erweitern noch mit der google suche und der google keyword planner suche und verschiedenen anderen keyword tools ich will jetzt aber erstmal hier auf dem amazon marktplatz weiter gucken und mir so verschiedene vorschläge schon mal anzeigen lassen ja also die vorgeschlagenen keywords und die longtail keywords die wollen wir jetzt hier mal angucken und schauen welche kann man denn jetzt für uns ja mit übernehmen und wir lassen das ganze noch mal ein bisschen laden er lädt jetzt hier die keywords rein und dann gehe ich hier einfach ganz normal auf more keywords und sehe dann schon ok katzen ja gut das nehmen wir natürlich mit mit rein katzen katzen dann natürlich was haben wir noch cat ok geschenk retro design süß yoga kitty katzenliebhaber katzenliebhaber das ist auf jeden fall ein sehr sehr gutes keyword dann auch wieder also katzenliebhaber liebhaber dann natürlich auch sowas wie katzenbesitzer dann habe ich eben gesehen kitty zum beispiel wobei da muss man auch schauen ob das geschützt ist ich gehe stark davon aus aber wir wollen jetzt erstmal ein paar ideen sammeln kätzchen haben wir natürlich auch hier mit dabei kätzchen dann was haben wir noch kätzchen katzenmotiv katzenmama katzenmama katzenmotiv und dann haben wir hier schon auch eine weitere nische sphinx katze können wir direkt auch mal mit übernehmen und was nehmen wir hier noch mit rein moment so hier drauf schauen wir uns mal ein paar top long tail keywords an also keywords die sozusagen aus zwei oder mehreren wörtern bestehen süße katzen kommt man jetzt mal nehmen zum beispiel süße katzen hauskatzen kätzchen hauskatzen 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 kätzchen dann natürlich hier auch noch design schöne geschenkidee lustiges katzenmotiv haben wir auch noch das finde ich auch ganz gut mietze katze hat man noch gar nicht mietze katze finde ich auch ziemlich gut mietze katze so mietze katze haben jetzt auch niedlich tier ja genau das könnte man auch noch machen oder cooles katzenmotiv dann haben wir hier das ist auch sehr sehr stark gemacht vom produkte in verbindung mit dem merchantformer hier sind nämlich die keywords mit den mit der amazon suche mit dem volumen und dann auch dem suchvolumen von google und natürlich auch der wettbewerb und jetzt sehen wir natürlich ok katzen spielzeug und so das ist ganz weit oben kuscheltier katze was haben wir hier noch katzen trinkbaum kratzbaum plüschtier katzenwandpark ok katzenbürste fellbürste katzenbaum ok das ist jetzt eher nicht so relevant für uns aber trotzdem schaut da wirklich mal rein so was hier kostüm für katzen ja gut ok aber das ist auf jeden fall auch immer wieder interessant schaut da gerne auch mal rein wollen wir jetzt aber nicht weiter übernehmen hier können wir auch noch die vorschläge von google uns angucken katzen kaufen katzen babies katzen babies könnten wir jetzt hier noch mit rein nehmen als keyword katzen babies dann was haben wir noch lustige sprüche so jetzt haben wir verschiedene keywords eben gefunden und haben auch hier schon weiter die keywords hier eingetragen in unser mindmap tool und haben sozusagen die nischen noch weiter ausgebaut mit einer weiteren kategorie nämlich keywords ja und jetzt könnte ich mir natürlich auch noch folgendes anlegen ich könnte jetzt noch mal einen weiteren aspekt hier mit mit einbauen und zwar den aspekt performance ja und zwar den ich könnte jetzt noch einen weiteren aspekt hier mit dazu nehmen und zwar den ja ich könnte jetzt noch einen weiteren aspekt natürlich hier mit dazu nehmen und zwar den punkt performance und das kann man natürlich auf jede nische dann wieder beziehen und hier kann man natürlich auch wieder dann merge report zum beispiel heran nehmen ja das video zum merge report kannst du dir gerne hier oben nochmal angucken ist auf jeden fall eine ganz klare empfehlung da zeige ich sehr sehr viele funktionen und das lohnt sich definitiv um einfach nischen zu finden um nischen zu analysieren und auch unter nischen zu finden und jetzt wollen wir uns mal die performance sozusagen von dieser nische katze angucken und dann kann ich mir eben notieren okay das hat 9799 online 9799 ja online und ich kann mir eben hier verschiedene ja kriterien sozusagen runter schreiben mit dann kann ich mir sagen okay unerwartete sales erwartete sales das waren jetzt hier ja 1000 bis 2000 sales also hier könnt ihr euch verschiedene daten eben nochmal notieren damit ihr ungefähr weiß okay wie ist denn hier jetzt überhaupt die performance ja und im grunde können wir jetzt hier auch noch mal schauen wie ist das suchvolumen wie ist das verkaufspotenzial wie ist die konkurrenz natürlich jetzt die katzen die schön riesengroßes thema sehr sehr große nische und dann können wir das natürlich bei den unternischen genauso machen um einfach ein paar daten hier mit dabei zu haben wenn naja wenn das gewünscht ist also das ist manche leute mögen ja zahlen und da ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht dann können wir weitermachen mit unserem mind map und mit unseren ideen wir können jetzt noch einen weiteren aspekt hier mit dazu nehmen und zwar den punkt bestseller und hier will ich mir einfach mal ein bisschen notieren wie sind denn die bestseller hier in der katzen nische zum beispiel aufgebaut und da wollen wir die katzen nische noch mal annehmen so wir filtern wieder nach bestseller rank und wollen einfach mal schauen was macht denn die bestseller aus also was steckt da wirklich dahinter um einfach mal ein paar ideen zu entwickeln und zu sammeln vor allem hier haben wir natürlich wieder dieses vintage retro das schreibe ich mir direkt auf ja das schreibe ich mir dazu als notiz sozusagen vintage retro dann was haben wir noch mit dabei hier geht es jetzt einfach mal darum wie sind die bestseller aufgebaut was was haben die hier für elemente mit dabei okay das ist hier von disney das überspringen wir dann einfach hier diese horror geschichte mit dem messer okay horror vielleicht noch mit dem spruch oder dieser frage eben mit diesem wort bevor du fragst nein best cat dead ever bevor du fragst nein das ist ja im endeffekt ja lustiger spruch und dann auch noch sarkasmus und dieses best cat dead ever das ist best cat dead ever oder auch oder auch best cat mom ever also das ist ganz klar stolz hier mit dabei das scheint hier auch sehr sehr gut zu funktionieren in der nische wir schauen noch mal weiter was sind denn hier noch so konzepte hier haben wir wieder dieses vintage retro dann natürlich auch auffällig ja so ja höherwertigere grafiken beziehungsweise vektoren ich würde das jetzt einfach mal fotos und grafiken nennen weil oft sieht man einfach auch in der katzen nische sowas in dem stil dann katzen mama okay also ganz einfacher spruch ähm katzen in der mitte und außen rum der spruch haben wir hier auch dann immer dieses pew pew motherfuckers das würde ich jetzt mal so nicht übernehmen weil das würde ich definitiv erstmal lassen aber wir sehen öfter auch die katzen sind in der mitte platziert und außen rum der spruch deswegen würde ich einfach mal schreiben ja grafik und text das ist sowieso grundsätzlich immer ein guter tipp immer grafik und text plus text und was haben wir noch dann wie gesagt hier so ja höherwertige höherwertigere grafiken fast schon bilder sozusagen und dann haben wir hier unten noch weitere aspekte dieses ja katze in der pocket tasche also katze in der tasche kann man eigentlich noch mal notieren katze katze in der tasche weil das kann man im endeffekt auch auf jede andere katzen art adaptieren und das scheint ja hier auch sich ganz gut verkauft zu haben also das ist nun design konzept sozusagen ja und wir sehen immer wieder so ja fotos von katzen sehr hochwertig auf jeden fall von den designs dann hier sowas ich sag mal ich würde jetzt das noch mal unter coole katze sozusagen abspeichern coole katze mit design element also coole katze mit irgendeinem design element noch also hier seht ihr ja okay die katze ist ja mit der zigarette oder zigarre und der cap das sind noch weitere design elemente die hier dazu gefügt worden sind dann haben wir hier noch dieses andere konzept mit der anatomie das würde ich gerne hier noch mal mehr notieren das habe ich nämlich auch schon öfter jetzt gesehen also anatomie ist hier auch noch ein thema anatomie und ja das sind jetzt hier verschiedene ideen die auf der ersten seite bei den top sellern sehr sehr gut laufen und dann überlege ich mir eben ein konzept und kann jetzt zum beispiel sagen okay vintage retro läuft ja gut ist bei den top sellern ab und an mal dabei dann mache ich halt ein vintage retro design mit einer main coon katze oder einer bengal katze oder einer siam katze und dann mache ich noch einen witzigen spruch dazu oder einen lustigen spruch oder einen spruch der was mit stolz zu tun hat zum beispiel best main coon dad ever oder best siam kat ever oder ihr macht ebenso eine grafik mit einem text eine katze in der tasche eine coole katze mit einem design element oder anatomie oder ebenso ein foto oder eine grafik ja und so entwickeln wir eben verschiedene ideen und hier kann man das natürlich noch ja beliebig erweitern je nachdem was ihr eben vor habt in der nische sozusagen ja und so kann man natürlich verschiedene ideen hier entwickeln mit dieser mind map ich finde das echt ein starkes tool checkt das auf jeden fall mal aus und hier kann man im endeffekt jede nische beliebig auseinander nehmen und dann verschiedene designs eben konzipieren und im endeffekt ist es halt cool weil wir haben das hier abgespeichert und jetzt kann ich mir halt meine idee sozusagen für mein nächstes design hier entwickeln wenn dir das video gefallen hat schreibt mir gerne jetzt mal einen kommentar und ja teile mir gerne auch mal deine erfahrungen wie du ideen entwickelst wie du nischen findest das würde mich mal sehr sehr interessieren schreibt mir gerne auch eine nachricht bei instagram wenn du fragen hast ansonsten danke ich dir fürs zusehen abonniere jetzt den kanal und drück die glocke damit du kein weiteres video mehr verpasst und dann sehen wir uns natürlich wieder in einem weiteren video bis dann ciao ciao